Das ist bestimmt Silly Town. Seht ihr was Albernes in Silly Town? Kommt mit! Na sowas! Es regnet in Stinktiers Regenschirm. Das ist echt albern. Hey, wisst ihr, wenn ich hier dazugehören will, brauche ich meine Handy-Dandy-Narrenkappe. Kommt mit! Hallo, mein Freund. Hallo. Ich bin Billy Chicken, Bürgermeister von Silly Town. Oh, es ist mir eine Ehre, Herr Bürgermeister. Folge mir, ich werde mit dir eine Führung durch Silly Town machen. Großartig. Wir lieben alberne Sachen. Oh. Wollt ihr auch die verkehrte Welt von Silly Town sehen? Das möchte ich auch. Dann nichts wie los. Also, alle mir nach! Das hier ist unsere Baustelle. Wir bauen nämlich eine neue Schule. Hm, was passiert denn hier gerade verkehrtes? Oh. Hm, sieht das nicht etwas albern aus? Hm, was läuft denn hier gerade verkehrt? Sie hämmert mit einer Banane. Oh ja, dieses flinke, verrückte Wiesel hier benutzt tatsächlich eine Banane, um den Nagel einzuschlagen. Oh, Frage. Wieso nicht ein Hammer? Tja, Josh, weil ich glaube, ich werde hier langsam Banane. Oh, Banane. Oho, es gibt doch vieles, das hier verkehrt läuft. Sieh dich um. Hm. Seht ihr hier noch was, das auch verkehrt läuft? Da schäme doch einer eine Karotte. Das ist auch verrückt. Oh, kommt. Mama. Aha, hier ist unser berühmter Park. Hallo, alle zusammen. Hallo. Auf Wiedersehen. Hey, was läuft denn hier verkehrt? Sie rutscht in die falsche Richtung. In die falsche Richtung? Oh ja, diese Giraffe rutscht rückwärts. Die rutsche hinauf. Hey, wie machst du das? Keine Ahnung. Ich bin eben albern. Na, was hältst du vom verkehrt herum, Park? Also, ich denke, es ist eine besondere Welt voller verkehrterums. Hey, habt ihr noch andere verkehrterums entdeckt? Oh ja, gut gesehen. Oh, los geht's. Puh, auf geht's, Blue. Ich jongliere mit einem, mit zwei, mit drei Bällen auf einmal. Einfach. Oh, hallo, Schaufel und Eimer. Erdhörnchen. Du jonglierst? Was will ich sehen? Ich auch. Okay, Blue. Ein neuer Versuch. Super jongliert, mein Freund. Oh, hi. Noch ein Versuch, Blue. Nichts wird mich mehr aufhalten. Also, ich jongliere mit drei Bällen auf einmal. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Hey, das ist es. Wartet. Oh, oh. Ich fühle mich irgendwie ziemlich hungrig. Oh, ja. Ah, ich weiß. Ich nehme Haps von diesem roten Ball. Josh ist albern. Sehr gut. Dann nehme ich gleich noch ein. Oh, oh. Lacht du, Atom? Oh, 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 oh. Sie lacht. Wir haben Blut zum Lachen. Wir haben es geschafft. Ja, eine Verbeugung. Und Dankeschön. Hey, ich danke euch vielmals für eure Hilfe.